so leute willkommen zur nächsten folge seerscapes und es geht doch schon direkt los was habe ich hier drin Timber und Wire habe ich schon drin das müsste ich eigentlich mal eben irgendwo verstecken und den auch und ich habe nur einen Typ aus Superglue weiterhin wobei ich crash mir mal eben ne Waffe ne schöne nämlich Nunchucks ist meine Lieblingswaffe hier und die ist schon sehr sehr geil muss ich dazu sagen so was möchte er denn want the job nö der möchte das irgendwie schlagen ich möchte aber niemanden schlagen soweit ich weiß kann man hier Sachen deponieren in den Toiletten die sind dann dahinter ja immer noch da genau kann ich euch das nicht sagen aber ich bin mir relativ sicher so da ich ja immer noch einen Typ aus Superglue brauche und nicht mehr weiß was die alle so haben gucke ich einfach nochmal nö 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 jay der hat sie sehr gut sehr gut dann kann ich mir das ist top was haben die denn so Ducktape so das hat er ne File die hätte ich auch gerne aber die kann ich mir noch nicht leisten leider so ich muss mal eben los nochmal zu Jill- ich brauche nämlich noch Toilettenpapier und die Tubebrust könnt ich auch mal eben fix mitnehmen muss mir dann gleich nochmal Quests angucken weil ich nicht mehr genau weiß was meine Quests sind die ich habe so aber Erstmal Tang Tang, Craft Und Tang Tang, Craft Und Craft Das brauche ich nämlich Fake Band Cover Das lagere ich eben auch mal fix da oben Und ähm Geh da mal gucken Ach ja, da darf ich nicht durch Zu meinen Nunchucks und meinen Contraband Pouch So, und jetzt gehen wir mal eben frühstücken Sonst mögen die mich nämlich nicht mehr Ähm, was hat der denn noch hier so Ach, da habe ich schon nachguckt So, was haben wir denn noch? Guard Outfit und Sock for Jill Ja, Guard Outfits kriegen wir Irgendwann, mit Sicherheit Was sagen die? Oh Ja, Playing Cards kriegst du Was hat der jetzt? Guard Outfits Immer noch den gleichen Quatsch Und jo, das war's jetzt schon So, jetzt geht's auf zum Arbeiten Damit wir auch mal ein bisschen Geld verdienen So Und das geht so Ich muss mir einmal hier Metal holen 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Und das darf ich dann jeden Tag machen, damit ich Geld verdiene 3, 4, 5, 5, 6 Sind die schon zu zweit hier drin? Was glauben die denn, was ich hier veranstalte? 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Fertig So Es hat 80 Geld gegeben Keine Ahnung, wie viel Geld ich hab nicht drauf aufgewacht Das hat auf jeden Fall gut Geld gegeben So, jetzt muss ich mal eben gucken 97 und 95 Da muss ich mal eben bei 1 2 3 Ist auch immer der Walsch So, hier sind nämlich auch Vents Hier ist nämlich eine Crafting Note Da muss ich vielleicht auch nochmal hin So, und jetzt gehe ich schon mal hier oben hin Ein bisschen trainieren wieder Mir fehlen 5, wenn ich es richtig weiß, ne? 2 3 4 5 So, fertig Ich müsste es zumindest Ja Was brauche ich jetzt nochmal? Playing Cards Und Socke Hat da Jill vielleicht die Socke selber? Ne, schade aber auch So Da Playing Cards Und nochmal Super Glue Nehme ich auf jeden Fall mit Weil das verbraucht sich ja auch Ach, das bin ich schon hier Oh, ich hab schon Playing Cards Ich hab hier noch keine Socke Gucken wir mal bei Elia Der hat einen Leiter Aber den brauche ich auch nicht Was ist das, wer ist das denn? Shane Mh, kommen wir nicht zu noch Noch mehr Super Glue Sehr, sehr geil Ja, erst hatten sie alle Kein Super Glue Und jetzt haben sie es alle Das ist gut Dann brauche ich mir auf jeden Fall Schon mal das mitnehmen Und Den auch Da war ich schon, ne Dann gehe ich jetzt mal Ach ne, mit der Rollcrawler Wer braucht denn nochmal die Playing Cards? Pierre Wo ist Pierre? Der scheiß Franzose Ne, das ist ja jetzt nicht so Pierre, Pierre Hä? Pierre, da Pierre Give Playing Cards Wie schaust du? Was macht ihr denn? Nö Nö 105 hab ich So Metal Hat der Und das Ah, eine Feile Die hätte ich ja gern Die hole ich mir auch eben fix Nö Kriegst du nicht Sehr gut Eine Feile Was ist denn Free Period So Ich gehe jetzt mal eben hier Hier ein paar Sachen abholen Sag ich mal Und ich craft mal eben einmal Dann habe ich nämlich noch den einen Inventarplatz frei Wobei die Nunchucks können eigentlich hier bleiben Die brauche ich ja jetzt noch nicht Afternoon Free Period So, warte mal War der das, der noch das Roll of Duck Tape hatte? Ja Und das nehme ich mal eben mit Und dann gehen wir mal eben bei mir rein So, ich möchte nämlich mal eben Das da rein Und das mal eben rausnehmen Und das da rausnehmen Das und das Das und das So, jetzt habe ich sechs Sachen da drin Und ich hoffe, die gehen nicht weg Das wäre echt ärgerlich Was hat der Find me a top of bleach Ähm Die habe ich doch sogar noch, oder? Ich meine, die hätte ich Ja, die habe ich sogar noch So Aber ich brauche noch eine Socke Und dann gehe ich jetzt mal nach unten eben gucken In 16 Uhr gibt es noch mal Essen Das weiß ich jetzt so auf Anhieb Batterie Ja, ja Richtig fresse Ich muss Sachen durchgucken Ich brauche eine Socke Da ist die Socke Ja Immer schön Geld Aber was wollte ich noch? Guard Outfit Ich glaube, das wird nix Leider Also dann müsste ich schon wirklich Ich glaube, hier drin zumindest In diesen Dingern von meinen Leuten Also von den Mitgefangenen Habe ich noch nie Ein Guard Outfit gefunden Von daher Wird das wohl relativ schwierig Ich glaube Vielleicht finde ich ja sonst noch was Schönes Ja, ja Ne, brauche ich auch nicht War ich bei Pierre schon drin? Da weiß ich jetzt auch nicht So Aber wir gehen jetzt mal eben Die Tab auf Bleach holen Und dann gehen wir Essen Denn dann können wir nämlich zwei Quests abgeben Und vielleicht noch eine Pfeile holen Und dann können wir mal gucken Ob wir vielleicht noch was craften können Ja, ja Ich bin schon da Keine Sorge Okay, wer möchte jetzt was? Sock for Jill Jill, Jill, Jill Da, Jill Gib Sock So Und Top of Bleach Ach, Jill will beides haben Der Vor Nummer 64 Geld So Hat von euch wer noch eine Pfeile? Ja 55 55 Bei Pfeil So Gut Exercise Period Dann können wir nochmal eben gucken 97 Machen wir mal eben 6 davon Und dann gehen wir Speed Ein wenig hochhauen Ah, komm jetzt So Nein Komm jetzt mach mal ein bisschen Gas hier Das ist schon anstrengend Auch für die Finger Besonders das Weil man da wirklich durchgehend machen muss Weil man sonst schnell langsamer wird Ja, ja Ich gehe sofort schauern Keine Angst Kranz ruhig Ich will das nur eben durchhaben So Danke Und dann gucken wir mal eben Was die noch für Quests haben Der möchte Typos Superglue Frisse Und Trouble Muss ich erst googeln Was das ist Trouble Ist doch Hieß doch Trouble, oder? Trouble, ja Dann können wir jetzt noch Immer noch das gleiche Warte War das jetzt billiger? Ach Verarsche mich doch nicht Habe ich zu viel Geld dafür bezahlt? Egal Ich bin schneller geworden Meine Intelligenz ist auch noch hoch Und meine Strength ist auch sehr hoch So, jetzt muss ich gleich aber mein erstes Zeug schon wiederholen Evening Free Time Evening Free Time Ach, das ist Aidens Desk Dann gucken wir mal rein Ich bin in falschen Zelle gegangen Außer Tut mir leid Habe ich nicht gemerkt Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch nicht mal was gemacht Ich muss hier hoch, ne? Dann hatten wir schon mal wenn Vielleicht kann ich dann nämlich gleich nochmal duschen gehen Denn da müssen wir ja schlussendlich rein Ne? Da rennt einer rum Ja, ja Geht noch vorbei Solange es kein Werter ist Ist mir das gerade relativ egal Ich mach gar nichts Ganz lieb und nett Ich weiß nicht, wann der Evening Roll Call ist Ich glaube, der ist um 22 Ich hoffe, der ist um 22 Und nicht um 21 Uhr Ne, ist er nicht Dann kann ich das Event Nämlich noch ziemlich fast weg machen Komplett Und Ich kann dann duschen gehen Was habe ich denn jetzt noch? Superglue, Travel und Guard Outfit Ja, ich gehe mal eben duschen Die halbe Stunde Die restliche Weil ich muss ein bisschen Fatigue runter bekommen Weil wenn ich nachts noch weiter arbeiten will Ist das so eine Sache Will der mich schlagen? Ne, Marshall nicht Marshall ist lieb Ja, ja, ich bin sofort da Keine Sorgen Keine Sorgen Ich bin sofort da So Steht da schon, wer wer dieses Namen Timber ist ja relativ billig So Nein Nein Kastinio wird durchsucht Aber ich habe doch gar nichts bei mir drin, oder? Habe ich was bei mir drin? Nein, noch nicht Noch Ich werde durchsucht Verdammt Aber ich habe glaube ich nichts bei mir drin Aber ich habe glaube ich nichts bei mir drin Ich werde durchsucht Oh ne, da kommt einer Ja, guck mal So, jetzt sind wir hier oben Und jetzt müsste ich eigentlich mit den Flimsy Cutters Das ziemlich gut wegkriegen 12% mit einmal Das geht sehr, sehr gut sogar Das geht sehr, sehr gut sogar Und einmal mit dem Messer Und zack, da ist das erste schon Duel weg So Ist da oben eigentlich irgendwas? Ne, ne? Oh, doch Da geht's noch her Mhm Aber ich gehe jetzt erstmal weiter hier her Leider sind sie sofort aufgebraucht Das ist ein bisschen ärgerlich Ich bin sofort ziemlich im K.O. Das Messer hat auch nicht mehr viel Aber ich bin dann immerhin schon mal hier Muss man alles positiv sehen Da drin ein Guard Aber ihr habt ja gesehen Das hat schon immens hier Geld gekostet So viel So weit wie überhaupt sie kommt Einmal so ein scheiß Flimsy Cutters So, jetzt bin ich glaube ich durch, ne? Ja, jetzt muss ich zurück Weil ich zu fatigiert bin So, eins So, und dann gehe ich schlafen Und sage Damit Danke fürs Zugucken Und bis zum nächsten Mal Bei Sie escaped bist's Tschüss 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 Vielen Dank.